In dieser Folge werden wir ein bisschen an unseren Häusern weiterbauen. Kann ich Disconnect drücken, oder? Ich baue gerade das, was ich eigentlich nicht bauen wollte. Oh, ich baue... Ey, ey, ey! Mein es ist Schnapp, ey, bis heute und jetzt willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Christmas! Mit dabei ist natürlich wieder der liebe Corny, hallo! Hallo! Und ja, ähm, in der heutigen Folge, was machen wir eigentlich heute? Was machen wir heute eigentlich? Keiner weiß so genau. Ich stelle euch mein fertiges Haus vor, ich habe das nämlich fertig gebaut. Und ja, ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen 15. Dezember. Ähm, bald ist es Weihnachten. Bald ist es Weihnachten, bald haben wir es geschafft. Und ich zeige euch jetzt erstmal kurz mein Haus, weil, halt, was ist mit meinem Haus passiert? Was ist das da oben überhaupt? Wo? Da! Ein Haus, ja, das ist echt hässlich. Nein, dieses Ding da enthielt. Ach, das ist ein Block, glaube ich. Egal. Also, äh, ich habe mein Haus weitergebaut, nämlich, ähm, habe ich hier einmal das alles verebnet, dann hier noch so Balken durchgezogen, dass es schöner aussieht. Und ich habe zwei Reihen, äh, darüber gebaut. Warte, wenn ich mir ein bisschen Holz mal nehme, ich brauche ein bisschen Holz warm. Ähm, ich habe dem Ganzen ein neues Muster gegeben. Also, es sieht jetzt, äh, deutlich hübscher aus, finde ich. Wir können das mal ein bisschen hochbauen. Ähm, und das bewundern. Ich habe hier ein kleines Muster in mein Haus reingebaut, äh, in mein Dach, damit, äh, das finde ich schön. Weil, das ist lustig und macht Spaß. Und auf der Map sieht das voll cool aus, irgendwie. Also, von innen, ich habe hier die, die, die normale Blöcke hier gemacht, da sie mit der Lichtpark weg ist. Dann habe ich hier so Stairs hin gebaut und halt hier auf beiden Seiten so ein überlappendes Dach und nicht mehr diese komische Kerbe, die da drin war. Weil, die war echt schrecklich. Und sieh mal, habe ich Fenster reingebaut von dem Sand, was noch in meinem Oben war. Und das ist ein Zombie, das schnetzle ich erstmal weg. Ah, was ich, was ich vergessen habe. Das würde ich jetzt, ey, gar nicht fix noch tun. Nämlich, äh, ich mache ein Waypoint. Nämlich, ähm, Waypoint. Äh, New Waypoint, nämlich zu Hause. Ähm, in der Farbe. Der hier, die finde ich schön. Und jetzt, ist hier zu Hause. Toll. Nämlich, das ist ein bisschen scheiß platziert, warte mal. Äh, ich mache das hier hin, glaube ich. So, jetzt ist hier, zu Hause. Wunderhübsch, geht durch mein Dach durch. Okay. Ähm, was wollte ich mehr machen? Äh, ich wollte ein bisschen, äh, oh mein Gott. Skelett-Metalververzauberter Goldrüstung, die will ich haben. Ach, die ist gar nicht verzaubert. Die sieht nur so aus, wegen der 1.8. Oh, oh, Gott, die Kleppen. Die, der ist, drei Skelette, Digga, willst du mich, willst du mich fahren? Ah, das ist ein Zombie mit Eisenschwert. Was ist denn hier los? Alter. Er hat nichts gedroppt. Geil. Ja, ja. Hm, nein. Ich habe einen Bogen bekommen. Ich mache jetzt 1v1 mit einem Skelett, mit einem Bogen. Oh, ich bin bei dir. Ich mache 1v3 mit zwei Zombies, das ist eine, eine Spinne. Uh, Skelett-Down. Lock it in die Teile. Lock it in die Teile. Here is the XG-Far. Here is the XG-Far. Here is the XG-Far. Oh, 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 oh. Ach so, außerdem, äh, habe ich vergessen zu zeigen. Ich habe hier den Aufgang, äh, gebaut. Fertig. Ja, und mein Haus willst du nicht zeigen, oder was? Ach so, oh. Jo, komplett vergessen. Ey, das Haus von Corny, es ist übel hübsch geworden. Es ist, er hat so ein Stück weit, äh, so ein, wie soll, wie nennen wir, wie soll man das nennen? Warte mal. Bauen wir mal ein bisschen hoch. Keine, also eine alte Holzhütte einfach. Es ist richtig, es ist schön geworden. Es ist richtig schön. Es ist eine Skihütte, okay? Ja, oder eine Skihütte, wie jemand es sieht. Hast du dich gerade ernsthaft mit Holz hochgebauscht? Ja. Das kann ich gebrauchen. Nein, das ist pissig. Oh, fuck, ich habe sie gerade aus der Skihütte. Oh mein Gott, ich weiß, ich weiß, was es da hinten ist. Es ist der Zettelholz. Oh Gott. Nein, bitte bau den Block da wieder hin, was soll die Scheiße? Ich muss mal kurz was machen. Geh mal weg. Ey, nein, hör auf, bitte, bitte hör auf, ich hör auf. Ich will meine Leitern wieder. Jo, ich will kurz was zeigen. Geh mal kurz die Leitern. Mach doch einfach so. Das ist zu viel für mich. Das ist zu hoch für mich. Das ist zu hoch für dich. Alter. Kannst du euch diese Dirt-Scheiße da noch wegmachen? Ich mache mir jetzt eine Steinschaufel, Alter. Mir jetzt, egal. Wir haben einfach keine Steinschaufel. Keine Schaufel haben wir. Holy shit. Wir sind zum Arm. Ich frage mich halt ehrlich, ich frage mich halt ehrlich, wann Alex kommt, ne? Junge, die sagt uns, ihr müsst die Welt retten. Ja, das muss man machen. Welt ist halt Christmas. Rettet Minecraft Christmas und sagt uns da nichts, was wir machen müssen. Also ja, Minecraft Christmas recht retten, aber... Naja, indirekt sagt uns, was wir machen müssen. Bisschen konkreter vielleicht. Ja, wäre ganz cool. Und jetzt runter hier. Hier. Bedauerst du wenigstens meinen Verlust? Ich bedauere deinen Verlust sehr. Oh mein Gott! Was passiert? Da steht einfach Alex. Alex steht da, äh, an unserer Sporninsel. Und ich wäre gerade fast von dem Creeper gestappt. Oh, perfekt. Alter, lass uns einfach kaputt machen. Ein Creeper-Ornament. Weg damit, Alter. Was macht Alex bei unserer Startinsel? Hä? Yo, was geht? Warte mal. Hallo-netox. Okay, bist du die echte Alex? Ja, gut, dass ihr hier seid. Äh, okay. Und wo ist der Ice-Germ? Ich habe ein Buch mit den Koordinaten in die Drohnen neben mir gelegt. Lag da nicht unser Start-Stuff drin? Unser Zeug? Äh, Chisel-Eis-Sorb. Okay, wie bekommen wir den Gem wieder? Ihr findet ihn in der Festung der Texons bei den angegebenen Koordinaten. Okay, dann gehen wir mal los. Okay, viel Glück euch beim Retten von Michael's Christmas. Yo, okay. Was ist das? Na-nu-na-na-no-rum-Rüstung? Eine Dämonic Battle-Ax? Yo. Conny, da sind für uns beide einfach Rüstungen drin, hä? Und ein Buch, warte mal. Der Santa-Rüstung brauche ich... Oh, gut, ich tue es einfach mal im Moment. Yo, was ist das für eine Rüstung? Holy shit. Eine Dämonic Battle-Ax? Warte mal, 10 Attack-Damage heißt das nicht eigentlich. Warte mal, ich One-Hit den... Ne, Kuh. Ich One-Hit deine Kuh. Yo, was ist das denn? Ey, Conny, warte mal. Ähm, ich bring dir deine, 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 äh... Deine Rüstung mit. Oh, du willst es selber holen? Conny? Du hast eine, ähm... Frost-Battle-Ax bekommen. Oder, keine Ahnung, du kannst auch die Dämonic-Battle-Ax nehmen, aber... Die hat halt weniger Attack-Damage. Der eine Frost... Aber die Frost-Battle-Ax, wie sieht die aus? Yo, irgendwie auch nice. Ja. Ey, willst du das Zeug selber holen, oder soll ich es dir mitbringen? Conny? Conny? Ja. Warte mal, ich... Nehm die Rüstung mal mit. Warte mal, was steht in dem Buch? Äh... Koordinaten der Festung. Okay. Conny? Äh... Conny? Conny, bist du da? Hä? Hallo? Hä? Conny? Hä? Warum... Äh... Prankst du mich gerade? Warte mal. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht auf der Map. Er ist... Warte mal. Hä? Was? Er ist nicht mehr da. Was? Ne, oder? Fuck. Ey, Junge, wir haben gerade neue Rüstungen bekommen. Und fucking neue Waffen. Ne. Conny. Scheiße. Fuck, Alter. Ne. Ne. Okay, stopp. Ich muss mich kurz sortieren. Warte, ich packe die Senderrüstung mal weg. Äh... Er hat einfach die Bücher gesigned. Alles klar. Conny? Okay. Ich nehme sein Zeug mal auf mit. Äh... Falls ich ihn irgendwie wieder finde. Ich nehme sein Zeug mit. Ne, Alter. Warum ist Conny weg? Scheiße, Leute. Fuck. Was soll... Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt allein in diese scheiß Festung rennen, oder was? Ich beende jetzt an der Stelle die Folge. Weil ich... Bevor ich in diese scheiß Festung gehe, werde ich erstmal noch ein Stück... Äh... Ein bisschen Essen sammeln. Weil ich habe kein Essen mehr. Und ich verhungere gleich. Deswegen muss ich kurz Essen holen und, äh... Braten. Und dann... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Conny ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich werde wahrscheinlich einfach zu dieser Festung gehen. Äh... Die Koordinaten hier. Werde ich hingehen. Aber ich werde mich erstmal ein bisschen... Äh... Mich erstmal ein bisschen vorbereiten und... Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob Conny, wo der ist. Was ist los? Keine Ahnung. Das ist jetzt übel beschissen. Weil... Keine Ahnung. Soll ich jetzt allein in diese scheiß Festung gehen? Aber ich habe wahrscheinlich gerade keine andere Möglichkeit. Weil Conny einfach nicht mehr da ist. Deswegen... Jo. Freunde. Wenn euch die dritte Folge gefallen hat. Wird ich mich sehr über ein Abo und Like freuen. Ich hoffe, Conny kommt wieder. Ich bin... Gerade... Keine Ahnung, was ich machen soll. No joke. Ähm... Ja. Ich wünsche noch trotzdem einen wunderschönen 15. Äh... Dezember. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen Essen holen. Und... Ich kann doch nicht mehr rennen. Ups. Ich werde jetzt noch ein bisschen Essen holen, damit ich noch... Damit ich einfach gut ausgerüstet bin. Dann werde ich einfach nie festgegangen in die nächste Folge. Okay, Leute. Ähm... Ich würde sagen... Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis... Weihnachten. Die nächste Folge wird an Weihnachten kommen. Nicht am 22. Sondern... Die wird an Weihnachten kommen. Ähm... Okay. An Weihnachten werde ich in diese Festung gehen. Gut, Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Minecraft Christmas. Ich wünsche euch noch einen Wunderschönen. 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 Vielen Dank.